Leitungsbereitschaft von Jungen an. Nehmen wir gerade mal die Juni, die einige mal trainiert wird. Das schauen wir mal da rein, wie der Brustbereich aussieht. Also, die wird jetzt so zwei mal die Woche trainiert. Da sieht man unendliche Leistungsbereitschaft. Wie die Hunde da abdrücken. Das ist die normale Händler. Und auf die bin ich mal gespannt. Auf den Hunden. So ist das. Und nichts anderes. Absolut. Hunde stehen. Zauber ins Finger. Ruhe. Absolute Ruhe. Aber man kann sie auch anschalten. Man kann sie auch anschalten. Gell, Leonie? Untertitelung des ZDF über 130 N señor questions. Bis zum nächsten Mal.